Herzlich Willkommen hier zu Tipps und Tricks für Anfänger. Es geht darum, so viel wie möglich Ressourcen zu farmen, wie wir nur können und so einfach wie möglich das Ganze zu machen. Das nachfolgende Video habe ich definitiv schon vor einiger Zeit aufgenommen. Da habe ich auch noch ein bisschen über Kosten von Armeen gesprochen, aber wie ihr alle wisst, hatten wir ein neues Update und das Update ist jetzt so, dass wir nichts mehr für unsere Truppen und für unsere Zauber ausgeben müssen. Das ist aber trotzdem vollkommen egal. Die im Video gezeigten Taktiken sind die am schnellsten auszubilden und definitiv die am einfachsten durchzuführenden. Das heißt, das was jetzt gleich kommt, ist definitiv das einfachste und das beste und das schnellste, wie ihr euer Rathaus so schnell wie möglich ein Löffel nach oben bekommt oder maxed out seid. Also schaut es euch an. Ich werde euch genau erklären, wie ihr angreifen müsst, welche Truppen ihr nutzen müsst und welche Zauber dazu am besten passen. Das, was jetzt im nächsten Video kommt, ist wie gesagt schon ein bisschen älter, aber immer noch brandaktuell bis auf die Ressourcen, die wir dafür ausgeben müssen. Also ich wünsche euch viel Spaß damit. Herzlich Willkommen hier bei Clash Gorn. Heute sind wir bei der Sempa Family unterwegs und wollen uns mal genau anschauen, wie wir denn mit Rathaus 9 am geilsten farmen, am einfachsten farmen, am schnellsten farmen und dabei noch die geilsten Kampftaktiken lernen können. Das schauen wir uns jetzt alles an. Also bleibt dran und wir sehen uns gleich nach dem Intro. Am einfachsten und günstigsten farmt man mit Babydrachen und Blitze. Die Blitze haben wir entweder dabei für die Luftabwehren oder für die dunklen Bohrer sollten sie innerhalb der Base setzen. Ihr seht es, vier auf jeweils einen dunklen Bohrer und die sind weg und jetzt einzeln die Babydrachen drumherum, um die ganzen Minen und Sammler da wegzumachen. Und das war's schon. Mehr braucht ihr prinzipiell nicht zum Farmen. Wir schauen uns jetzt natürlich noch ein, zwei Fights an, um das so ein bisschen zu vertiefen. Aber das ist die Grundlage, auf die wir jetzt aufbauen, auf die wir unsere Helden hochziehen und auf die wir unsere Base so schnell wie möglich maxen. Wie schafft man es am schnellsten 500.000 Loot auf einmal zu ergaunern? Ihr seht schon ganz simpel, die Sammler sind voll. Wenn ihr auf der richtigen Höhe seid, so ungefähr bei 1800, 2000 Bokalen, dann findet ihr auch richtig geile Base. Es ist ja für jede Rathaustufe unterschiedliche Höhen in den Bokalen nennenswert, wo man farmen kann. Und ihr seht, wie einfach es hier ist. Und schaut es euch an, die Luftabwehren sind auch noch alle auf einen Haufen. Die X-Bögen sind leer, aber die Sammler sind voll und darum geht es ja. Das wollen wir haben. Also die Blitze natürlich auf die Luftabwehren drauf. Ihr seht, vier Stück braucht man an der Zahl. Ihr braucht keine Clan-Truppen dafür. Das ist das Schöne. Und wenn ihr die Blitze setzt, dann setzt sie so, dass andere Verteidigungen mit rausgenommen werden müssen. Und ihr seht hier, ein paar Babydrachen sind zu viel. Die Babydrachen müssen blau anlaufen, damit sie am schnellsten farmen. Man muss gar nicht so viele setzen. Setzt sie einzeln. Setzt sie gezielt und setzt sie so, dass ihr so wenig wie mögliche Ressourcen verschwendet. Ihr seht, das funktioniert hier richtig gut. Und mehr war es gar nicht. Die Ressourcen sind alle schon daheim. Also springen wir gleich rüber zum nächsten Fight. Welche Luftabwehren müssen wir eigentlich rausblitzen? Um was geht es hier genau? Wir wollen natürlich das dunkle Elixier. Wo steht es? Es steht rechts neben dem Rathaus. Also blitzen wir die beiden Luftabwehren weg, die dort sind, um zu dem dunklen Lager zu kommen. Auf was müssen wir noch achten? Wir haben hier rechts einen dunklen Bohrer. Und wo ist der andere? Ich bin schon fleißig am Suchen. Hier haben wir noch einen, der da drin ist. Und ihr seht, wenn ihr genauer hinschaut, seht ihr es natürlich nicht, müsste was in der Clanburg sein. Wir lassen es jetzt einfach mal laufen. Auch hier seht ihr es, wie gesagt, die Blitze auf die Luftabwehr bei dem dunklen Elixier. Als kleiner Tipp, werft die Blitze. Wenn die Queen dort ist, dann hat die Queen auch einen kleinen Schaden. Und die Babydrachen kommen da flüssiger durch die Base. Ihr seht es, jetzt werden wieder außenrum die Babydrachen gesetzt, um hier so schnell wie möglich zu farmen. Und schaut euch an, das dauert hier keine halbe Minute und man hat die ganzen Ressourcen, die außenrum sind, eingesackt. Und jetzt geht es rein in die Base und man kann sogar noch die Lager da rausnehmen. Und wichtig ist, die gegnerische Queen, die ist raus. Das heißt, wir können jetzt weitere Babydrachen setzen, um Richtung dunkles Lager zu kommen. Und darauf kommt es an, das wollen wir haben. War hier ein bisschen mutig, so viele auf einmal zu setzen, aber es hat sich definitiv gelohnt. Ihr seht es gleich, die Babydrachen fliegen wunderschön. Zum dunklen Lager werden das rausholen, werden sogar noch reinziehen. Zum Rathaus werden das Rathaus noch rausholen. Das heißt, wir kriegen da nochmal extra ein bisschen Dunkles raus. So muss das sein. Die eine Luftwaffe da drüben nervt zwar, aber die Babydrachen sind stark genug, um das rauszuholen. Also, das war ganz sauber gemacht. Immer auf das Dunkle gehen, wenn ihr gerade die Helden ausbaut. Und mit Rathaus 9 ist man eigentlich ständig am Helden ausbauen. Schafft man es eigentlich auch, gegen ein Rathaus 10 anzukommen? Ihr seht es, die Infernus sind aktiv. Die X-Bögen sind geladen und trotzdem können wir hier mit unseren Babydrachen genügend Loot einfahren, um das Ding positiv zu gestalten. Ihr habt wieder gesehen, oben die Luftabwehren werden rausgeblitzt. Unten kommen dann überall natürlich auch Babydrachen hin. Man räumt hier schön die Seite auf, weil natürlich so viel in den Sammlern drin ist. Guckt danach, wie voll die Sammler sind, wie voll diese Elixiersammler sind, wie viel Blaues da drin ist. Wie viel in den Karren sitzen von den Goldminen. Und jetzt geht es auf da Richtung Sammler vom Dunklen. Und natürlich zum Lager vom Gold. Und ihr seht es, wie schön man da locker mal über 300.000 von allen einfahren kann. Und wenn man die genügend Babydrachen am Start hat, in der Bauschleife drin hat, dann kann man dann gleich wieder farmen. Hier ging es wieder hauptsächlich darum. Das dunkle Elixier schaut euch an. 4.300. Traumhaft. Die höchste Kunst in Clash of Clans ist definitiv der Queen Walk. Und wie lernt man den am besten? Natürlich, beim Farmen kann man auch mal sehen, wie lange hält die Queen denn aus? Ihr seht, jetzt geht es darum, so lange wie möglich die Queen hier durch die Base zu jagen. Und dafür haben wir auch die Wutzauber dabei. Keine Frostzauber mehr dabei. Ob das so richtig ist, das weiß ich nicht. Ich nehme lieber noch einen Frostzauber mit, um hier definitiv dann die Queen länger am Leben zu halten. Ihr seht schon, die Mauerbrecher brechen da rein. Auch das muss man üben. Und auch genau dafür ist diese Taktik da. Ein Charmsauber, um weiter in die Base reinzukommen. Und gleich sehen wir eine richtig geile Nummer hier. Was ich definitiv bis zu eben zu dem Fight noch nicht gesehen habe. Und ihr seht schon, die Babydrachen werden hier als Coconut Loons gespielt. Also normalerweise kann man da Loons spielen, um hier die dunklen Minen rauszunehmen. Ihr seht, er nutzt hier die Babydrachen einfach, um seine Gebäude, oder seine Gebäude, sei schon, die Truppen, die er baut, einfach zu halten. Das heißt, nur Mauerbrecher, nur Babydrachen und dann nur die Heiler. Aber das ist ganz einfach. Ich würde da lieber drei, vier Loons mitnehmen, um nicht Babydrachen zu opfern. Und zumal, wenn man vier Loons mit hat, dann braucht man nur zwei Babydrachen weniger einzupacken. Das funktioniert normalerweise auch. Ihr seht, es ist wunderschön in die Base reingekommen. Das Rathaus wird dann ganz simpel rausgenommen. Die Queen oben wird rausgenommen. Wichtig ist, das Timing der Wutzauber. Und hier, das ist die geile Nummer, die ich sehe. Die Mauerbrecher jumpen drüber. Aber über den Jump ist das eine geile Nummer. Wusste ich bis eben noch nicht, dass das überhaupt funktioniert. Und jetzt geht es rein in die Base. Der nächste Wutzauber. Und jetzt ist er richtig viel auf der Base. Auf der Base, sei schon, auf der Queen. Deswegen Wutzauber. Und das muss man lernen. Und deswegen wollte ich da lieber noch einen Frostzauber sehen, um hinten mal den X-Bogen einen kleinen Moment rauszunehmen, dass die Queen da überlebt. Queen wird dann rausgenommen. Das ist quasi der Moment, wo man dann seine Babydrachen am Rand setzt, um die ganzen Sammler, die Minen da leer zu machen. Und schaut euch an, wie schnell ihr da die Ressourcen habt. Und ihr habt einen schönen Queen Walk geübt. Das schauen wir uns jetzt gleich nochmal an beim nächsten Fight. Das Wichtigste bei so einem Queen Walk ist natürlich, die Queen so lange wie möglich am Leben zu halten. Und die Queen in die Mitte der Base zu bekommen. Da, wo sie am meisten Schaden anrichtet. Wie schafft man das am besten? Ihr seht schon, die Babydrachen werden links gesetzt und rechts. Damit das schön aufgeräumt wird, noch einen vor der Queen. Wie gesagt, da könnte man auch einen Coconut Loon setzen. Das heißt, einfach einen Loon von weg. Der reinfliegt. Der fliegt ein bisschen anders als ein Babydrachen. Der Babydrachen fliegt auf das erste Gebäude. Was vor der Queen ist, beziehungsweise was da ist, wo man ihn hingesetzt hat. Der Loon fliegt zur ersten Verteidigung. Das heißt, der fliegt ein bisschen anders. Da muss man aufpassen. Das kann man lernen. Wichtig ist, wenn ihr das hier mit der Queen übt und mit Babydrachen, dann snipet euch die dunklen Bohrer raus, um so viel wie möglich Dunkles zu bekommen. Ziel ist es natürlich hier, das Maximale einzufahren, damit die Helden so schnell wie möglich maximalen. Man kann hier erst den King dann leveln und dann hinterher die Queen und kann dann weiter wieder mit Babydrachen fahren. Ihr seht, die Mauerbrecher werden hier radikal gesetzt. Alle auf einen Haufen und es läuft hier richtig gut. Man hat hinten draußen noch einen Jump. Wenn man dann das Rathaus rausholt, eventuell noch die Clanburg und oben den Bohrer, der jetzt auch noch rausgesnapt wird, kann man den Fight eigentlich schon abbrechen. Die Queen hat hier das maximale Ergebnis geholt. Man kann natürlich aber auch weitergehen. Man kann gucken, was man noch so hinbekommt. Was hier natürlich doof ist, es sind die beiden oder drei Luftabwehren, die da noch drin sind. Die Queen wird dann eine rausholen. Das ist auch eine hohe Kunst, die Queen so laufen zu lassen, dass die Luftabwehren nicht auf die Heiler gehen. Das muss man üben. Das kann man, wenn man richtig gut dabei ist, sieht man das dann einfach und weiß genau, wo man hin muss. Läuft auf jeden Fall hier schon mal richtig gut. Und ihr seht, wenn ihr hier in die Base geht, werdet ihr von etwas weiter oben gekommen, wäre die Queen definitiv schöner gelaufen und man hätte hinten raus mehr Luftabwehren rausgeholt. Und ihr seht schon, wenn der X-Burgen auf der Queen ist, dann muss man darauf achten, dass man hier frühzeitig eventuell ein Wutzhauber spielt, da die Queen da richtig eine vor den Latz bekommt. Ihr seht schon, hier funktioniert das alles richtig gut, weil die Queen ein Verteidigungsgebäude nach dem anderen rausholt. Das hat klasse funktioniert, weil er die Queen sehr schön gesetzt hat. Wie gesagt, ein bisschen weiter oben wäre definitiv besser gewesen. Dann wären die Heiler etwas mehr geschützt gewesen. Ihr seht schon, die werden jetzt hier nach und nach rausgenommen. Das ist schade. Jetzt rücken sie noch ein bisschen vor. Jetzt sind aber nur noch zwei Heiler da. Das heißt, die Queen wird nicht lange überleben. Jetzt geht es darum, verschwende ich meine ganzen Babydrachen noch oder lasse ich es. Er macht es ja einfach versucht hier. irgendwie noch auf mehr Ressourcen zu kommen. Ihr seht es aber, die Luftabwehr, die ist dann einfach zu stark und deswegen wird er den Fight dann auch abbrechen. Aber für den Queen Walk ist es wichtig, wann spiele ich meine Wutzhauber, wo gehe ich erstmal mit der Queen rein, wo setze ich meine Babydrachen beziehungsweise meine Coconut Loons, um die Queen da reinzubekommen. Dann kann man natürlich noch dann weiter spinnen und das Ganze mit Magiern, mit Riesen und, und, und machen. Eventuell den King zum Funnel nutzen. Aber wichtig ist, dass wir die Queen in die Mitte der Base bekommen. Das ist eine richtig hohe Kunst. Das sieht alles so leicht aus, aber eins kann ich euch versprechen. Die Queen läuft am Anfang so oft außen rum. Ihr werdet in den Tisch beißen, weil das einfach so ist. Die Queen macht das und das macht sie am liebsten. Das kann ich euch versprechen. Das soll es dann auch gewesen sein, die Semper Family. Und auch ich freue uns, dass wir euch helfen konnten. Ich hoffe, wir konnten euch helfen. Schreibt es von unten rein in die Kommentare, ob es was gebracht hat. Ihr seht es hier. Die Blitze ganz sauber setzen auf die Luft ab. Wenn die Queen dann mit dabei ist, dann rückt die Blitze so hin, dass die Queen mitgenommen wird. Setzt die Babydrachen anständig außen rum. Übt den Queen Walk, wenn eure Queen mal am Leben ist und gerade nicht genug Dunkles da ist, um sie auszubauen. Ganz, ganz wichtig. Dann könnt ihr reingehen und wenn ihr mit der richtigen Taktik da übt, könnt ihr dann im CW auch noch richtig viele Sterne einholen. Das wäre doch eine geile Nummer. Und ihr seht, so schnell könnt ihr gar nicht die Ressourcen verbauen, wie ihr sie mit Babydrachen und eventuell mit einem Queen Walk Babydrachen reinholt. Das kann ich euch versprechen. Ich hoffe, ihr habt eure Base so schnell wie möglich. Max, ich bedanke mich wie immer fürs Zuschauen und wir sehen uns dann definitiv im nächsten Video. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.